Hallo und herzlich willkommen hier ist Sanfinkold. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Runde Wolfenstein The New Order. Ich bin zwar immer noch ein bisschen krank, aber ich bin immerhin jetzt auf dem Weg der Besserung. Ich habe schön brav meine Medizin genommen, wie sie es gehört. Und jetzt geht es mir schon einen Tacken besser. Ich bin aber noch nicht topfit. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel das ich aufnehmen werde. Und wenn ich ehrlich bin, ich müsste mal wieder ein bisschen Dark Souls aufnehmen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und ich habe auch so ganz und gar keinen Bock darauf. Im Moment jedenfalls, obwohl ich so ein Dark Souls Fetischist, Demon's Souls und Dark Souls Fetischist bin. Ich stehe da ja total drauf, aber irgendwie habe ich gerade zurzeit keinen Bock. Und dann war ich auch noch krank zwischendurch, habe nichts aufnehmen können. Und jetzt hänge ich gerade mal bei Wolfenstein fest. Ist auch schon wieder ein Tag, oder nee, zwei Tage schon wieder vergangen, bis ich als das letzte Mal aufgenommen habe. Jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Fußball geguckt. Es ist schon wieder spät. Ai, ai, ai. Na ja, gut. Ich habe die falsche Waffe. Falsch, falsch nicht. Fortsetzen. Ich habe die falsche Waffe habe ich gerade gesehen. Ich wollte, was wollte ich denn da? Ich schrot finde ich nicht, aber ich glaube diese hier. So, ja. Das ist die richtige. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich da runterkomme, bevor es keinen Alarm gibt. Das ist ein Steg. Oh. Habe ich einen Schalldämpfer? Ein Schalldämpfer, ein Schalldämpfer mit der Pistole. Ohne Kanal liegt der auch, das ist gut. Wo sind die Wache jetzt? Hier. Das hat schon mal geklappt. Aber es sind solche komischen Roboter so viel da. Wer weiß, was da noch alles da ist. Wo war denn der andere jetzt noch? Oh, da ist auch noch einer, oder? Was ist denn die andere Wache jetzt da? Da, 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 genau da. Komm schon, Hedy, 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 Hedy. Bleib stehen, bleib stehen. Ich habe ein Volk freigeschaltet. Ja, das ist gut so. Okay. Aber das war ja der leichteste Teil im Moment. Da gibt es mit Sicherheit noch einiges mehr an Wachen. Und der anderem da, ein Roboter und da noch einer. Das blöde, der Live-Statter. Oh, das war ein Signal. Cool. Das war einer von den Kommandeuren, die Alarm auslösen können. Das lade ich erst mal nach. Mir machen die Sorge, diese, diese Roboter. Da ist der andere da. Tesla Granade, ja. Haben sie mich jetzt gesehen? Ich hoffe mal nicht. Komme ich da hoch zum Hubschrauber? Da habe ich so eine schöne MG. Zwei Stück. Ich werde mir jetzt erst mal gucken, ob ich da noch irgendwo eine andere Wache zur Brust nehmen kann. Da hinten, da. Alles geklappt? Ja, super. Die Signale sind weg. Also können sie schon mal keine Verstärken holen. Die Frage, wo die entlang laufen. Da oben. Na, mein Freund, wo bist du denn? Ich gehe mal in den Raum da rein, glaube ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Da gibt es eine ganze Menge zu holen. Munition. Munition. Panzerung, Panzerung ist gut. Das ist schon mal leichter. Damals hatten wir keine solchen Roboter und ich hatte eine Armee. Jetzt kann ich eigentlich die Waffe austauschen, denn die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich einmal die und ich nehme einmal Was nehme ich denn da? Das Sturmgewehr. Ja, da unten gibt es nichts mehr. Nichts. Nein. Keine Codes, kein Versteck, kein gar nichts. Okay. Jetzt wird es wohl ans... Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, aber ich denke, dass es jetzt ans Eingemachte gehen wird. Toll, jetzt ist mein Bild ausgefallen irgendwie. Ah, jetzt ist es wieder da. Was ist denn das jetzt schon wieder? Wieso fällt denn hier das Bild aus? Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme drauf ist. Ich hoffe mal nicht. Verstehe ich gar nicht, warum fällt denn das aus? So, alles gut. Alle Kabel dran. Alles gut. Gerade wo ich raus wollte. Okay. Das ist der andere Roboter. Oder ich glaube gerade meine Richtung, das ist doof. Ich gehe jetzt da runter. Ich wage es jetzt einfach. Hier ist eine Treppe. Hier komme ich hoch. Oh, ich muss es riskieren. Oh, ich doch gar nicht. Yeah. Okay. Okay. Na, wo schießt denn der? Oh, da. Oh. Aber es hat's noch erwischt. Was? Gar nicht wahr. Was gibt's von Alarm? Warum eigentlich? Wo sind die? Ich hör die zwar brüllen, Limit erreicht. Jetzt müssen wir später nochmal holen. Wo denn? Ach da. Ey, von allen Seiten. Kann das sein? Wie sind denn das noch eh? Du bist gar nicht tot? Wo kommst denn du her? Ei, ei, ei. Ich glaub ich muss in den Hubschrauber rein. Dann müssen wir mal so eine MG da holen. Wo sind die? Musik läuft doch auch noch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß auch gar nicht was ich machen soll gerade. Geh ich halt hier mal die Treppe runter. Oh. Auf einmal. Hör doch auf. Nee, lieber nicht. Oh oh. Noch bin ich gut. Wie sie halt ins Bein. Und wie du dich festgepackt hast. So und jetzt? Die Munition da einsammeln. Was sind das? Nix, nix, nix. Oh, gespeichert. Nee, danke, oder? Oh oh. Oh, was schießt denn der da? Hilfe. 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 Erfolgen mich die Dinger da? Sieht so aus, ne? Shit, hey. Shit. Wo sind das Vieh? Hilfe. Nee. lt k bei weniger froh das ist zwar schon ein bisschen bedrohlich aus wie so kann ich bloß 100 Prozent erhundert dienst und Dingske Rüstung aufnehmen und jetzt ein Kontrollraum ich könnte noch ein bisschen Munition einsammeln eigentlich das Ding könnte ich auch noch mal auffüllen ja will ich auch machen es stellt sich nur die frage wie ich da wieder runter kommen wie nehme ich hier ich weiß nicht wie ich das wieder leider hinkriege da komm schon weiter bitte ich stehe bestimmt schon in der Luft wieso kann ich die leider nicht bedienen das ist immer das gleiche doch jetzt es ist wirklich mal ganz kurzfristig anders geworden weil irgendwie fall ich meistens von den Leitern runter und diesmal hat es geklappt Gott sei Dank schnell vollladen bitte einmal volltanken das Ding scheint nicht schlecht zu sein nicht schlecht nein nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ich brauche Munition kriege ich jetzt noch Munition her ein bisschen hier und hier hier Obpanzerung auch Munition wo ist das Laserkraftwerk für Welserung cool was sind das noch alles noch mehr ich brauche ich nicht ja froh dass ich nochmal zurückgegangen bin hat sich rentiert hat sich rentiert da blinkt auch noch was nicht schlecht einmal im Kreis dann kann ich jetzt da hoch gehen glaube ich ja will ich machen das Ding ist voll glaube ich Limit erreicht ja Limit erreicht ok hey dann mal los bin mir nicht sicher ob das der richtige Weg ist aber es geht keinen anderen Weg dann nehme ich den wohl ich glaube ich nehme mal die Schrotflinte hier ach so ich lerne das noch mit dem schneiden bis jetzt ne ich bin hier richtig hier flimmert hier mal abchecken ist da wer oder mache ich hier erstmal einen Cut oder ja 20 Minuten sind rum ich weiß zwar nicht was habe ich denn vorher immer für wie Länge was für eine Länge habe ich denn vorher immer gehabt müsste ich mal direkt nachgucken aber die letzten zwei Folgen die waren 20 Minuten aber es ist auch gut so wenn ich mich nicht so richtig fit fiel dann mache ich lieber nur erstmal 20 Minuten Parts und nicht solche langen Dinger und vielleicht gefällt euch das ja auch besser wenn es nur 20 Minuten lang geht ok dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen wir sehen uns natürlich wieder zu Wolfenstein The New Order Tschüss Bye Bye Winke winke bis zum nächsten Mal gehabt euch wohl hier war euer Sanfingholt Bye 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 Bye